Yo, Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video und zwar möchte ich gerne dir jetzt sagen, dass ich das Kanalkonzept ein bisschen verschieben möchte und zwar möchte ich gerne, dass jetzt das Labervideo, also diese Woche das Labervideo auf Donnerstag verschoben wird und dass die PvP-Runde einfach auf Samstag, das heißt ich möchte gerne, dass jedenfalls für diese Woche gerne das Kanalkonzept ein bisschen verschieben, weil ich sonst einfach zeitlich nicht schaffe. Fragt nicht warum, es ist gerade einiges dazwischen gekommen und deswegen möchte ich gerne Videos diese Woche hochladen, aber halt ein bisschen verschoben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich habe gestern ja schon ein Video hochgeladen, wollte es eigentlich auf heute verschieben und dann kam wieder was dazwischen. Es kam wieder mal was dazwischen und ich verspreche euch, diese Woche werden die Videos rauskommen, aber ich denke, dass halt Donnerstags das Labervideo rauskommt und Samstags, jetzt diesen Samstag die PvP-Runde. Und ja, mehr wollte ich euch gar nicht sagen. Ihr seht, ich habe ein bisschen mit der Kameraperspektive rumgespielt und ich sehe gerade, dass halt noch meine Wasserflasche ist und normalerweise sorge ich immer dafür, dass alles aus dem Bild draußen ist, soweit das alles relativ vernünftig aussieht, aber ja, gut, das wird jetzt bei diesem Video, glaube ich, weniger stören. Gut, mehr wollte ich euch gar nicht so sagen. Freut euch auf jeden Fall auf die Videos, aber halt erst am Donnerstag und am Samstag. Okay, dann würde ich sagen, haut raus und ich beende das Video jetzt hiermit. Und ja, wie gesagt, haut raus, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.